Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Im letzten Part haben wir ein bisschen rumgetudelt, aber wir haben auch etwas ganz Gutes gemacht. Denn wir haben unseren Waffenslot hier. Guck mal, ich meine, können wir gerade nicht zeigen. Wir können auf jeden Fall jetzt zwei Waffen miteinander tragen. Oh. Das ist dann sehr cool. Wenn wir... Ich muss nur... Äh, hallo Ziegen. Easy going, haben wir schon zwei wieder mit. Ziegenfell. Dum 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 dum. Nö, das ist happy happy für meinen Freund. So, haben wir jetzt... Crafting. Dann können wir wieder Brieftaschen, Spitzentasche, Spritzentasche. Spritzentasche. Ich sage es immer falsch. Hundefell. Leopardenfell. Sieben Spritzen. Ja, machen wir nicht. Wildschweinfell. Okay. Wildschweinfell können wir uns besorgen. Was ist denn los? Was ist denn noch jemand, der da, 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 der etwas will? Sonst steige ich die Maus. Und hole mir dann die Munition von euch. Allen. 15. Sehr schön. Hier noch ein bisschen. Wo hast du denn deine Affe liegen? Hast du keinen dabei? Oder bist du so ein Messertypelchen? Ach, der Wildschau. Komm mal. Schwierig looten. Ach, Mann. Wo war denn das wieder? Hier, wenn ich so schieße rein und so, das ist auch nichts fürs Gemüt. Rechtsrum. Müssen wir über die Berge. Wie, schon fertig? Bist du gar nicht auf dem Kasten? So, was brauchen wir nochmals, um die Munitionsbeutel hier zu verbessern? Ne, das war hier. Munitionsbeutel. Wildschweinfell. Wildschweine. Haben wir, haben wir. Nicht hier rumliegen. Aber irgendwo muss dieser sein, das Wildschweinchen. Und dann, wenn wir haben, schnappt man uns zwei Wildschweine. Und das in Autos einfach nur verlassen dasteht. Keine Ahnung für was oder für wie. Aber ist hier. Das kann ich auch, was du kannst. Sogar noch ein bisschen mehr. Und wieder wechseln. Und wieder schön fahren. Oh, okay, wir kommen durch. Wäsch. Bis zum nächsten Mal.